Modelltest 12 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Ansage im Radio. Und nun, liebe Zuhörer, bleiben Sie eingeschaltet. Denn im Anschluss an unser Ausbildungsmagazin hören Sie Tipps von Sabrina Ebitsch in der Sendung Schritt für Schritt von der Schule ins Studium ohne Stress. Hier erfahren die Abiturienten von heute und Studenten von morgen, was bei der Wahl des Studienfaches wichtig ist, wie man das Studium finanzieren kann, ob man als Student auch einen Job haben kann, wie man am Studienort am besten eine Wohnung findet und vieles mehr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, liebe Zuhörer, bleiben Sie eingeschaltet. Denn im Anschluss an unser Ausbildungsmagazin hören Sie Tipps von Sabrina Ebitsch in der Sendung Schritt für Schritt von der Schule ins Studium ohne Stress. Hier erfahren die Abiturienten von heute und Studenten von morgen, was bei der Wahl des Studienfaches wichtig ist, wie man das Studium finanzieren kann, ob man als Student auch einen Job haben kann, wie man am Studienort am besten eine Wohnung findet und vieles mehr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Zum Abschluss unserer Sendung, rüstig auch im Alter, nun noch eine erfreuliche Nachricht für unsere Zuhörer. Wie ein Testversuch zeigt, der an der Universität Surrey in England durchgeführt wurde, sind ältere Menschen tagsüber seltener müde als jüngere, obwohl sie oft nicht durchschlafen. Zehn Nächte lang, je acht Stunden, wurde bei 90 Erwachsenen zwischen 20 und 83 Jahren der Schlaf von Forschern überwacht. Die Testpersonen wurden zwischendurch immer wieder geweckt. Trotzdem waren die älteren Teilnehmer am nächsten Tag fitter als die jüngeren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Zum Abschluss unserer Sendung, rüstig auch im Alter, nun noch eine erfreuliche Nachricht für unsere Zuhörer. Wie ein Testversuch zeigt, der an der Universität Surrey in England durchgeführt wurde, sind ältere Menschen tagsüber seltener müde als jüngere, obwohl sie oft nicht durchschlafen. Zehn Nächte lang, je acht Stunden, wurde bei 90 Erwachsenen zwischen 20 und 83 Jahren der Schlaf von Forschern überwacht. Die Testpersonen wurden zwischendurch immer wieder geweckt. Trotzdem waren die älteren Teilnehmer am nächsten Tag fitter als die jüngeren. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem Salzburger Landestheater verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Unser Theaterspielplan diese Woche? Samstag, den 5.05. bis Freitag, den 11.05. Samstag, 19 Uhr, Anna Karenina Sonntag, 15 Uhr, The Sound of Music Montag, geschlossen Dienstag, 19.30 Uhr, Das Weite Land Mittwoch, 19 Uhr, Die Drei-Gorschen-Oper Donnerstag, 19.30 Uhr, Beatles-Tanzabend Freitag, 19.30 Uhr, Der Ring der Nibelungen Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem Salzburger Landestheater verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Unser Theaterspielplan diese Woche? Samstag, den 5.05. bis Freitag, den 11.05. Samstag, 19 Uhr, Anna Karenina Sonntag, 15 Uhr, The Sound of Music Montag, geschlossen Dienstag, 19.30 Uhr, Das Weite Land Mittwoch, 19 Uhr, Die Drei-Gorschen-Oper Donnerstag, 19.30 Uhr, Beatles-Tanzabend Freitag, 19.30 Uhr, Der Ring der Nibelungen Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Hallo Elisi, hier ist Clara. Du, wir wollten doch im Sommer eine Woche an die Ostsee fahren. Ich lese gerade im Internet, dass es im Juli ein tolles Angebot auf Usedom gibt. Wir müssten nur wählen, ob wir ein Apartment, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen wollen. Persönlich fände ich Letzteres am besten, denn wir wollen doch unsere Hunde mitnehmen. Übrigens liegen alle Unterkünfte nur etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Wir könnten natürlich auch campen. Am besten, ich schicke dir den Link. Schau ihn dir mal an und melde dich dann. Tschüss, bis bald. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Elisi, hier ist Clara. Du, wir wollten doch im Sommer eine Woche an die Ostsee fahren. Ich lese gerade im Internet, dass es im Juli ein tolles Angebot auf Usedom gibt. Wir müssten nur wählen, ob wir ein Apartment, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen wollen. Persönlich fände ich Letzteres am besten, denn wir wollen doch unsere Hunde mitnehmen. Übrigens liegen alle Unterkünfte nur etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Wir könnten natürlich auch campen. Am besten, ich schicke dir den Link. Schau ihn dir mal an und melde dich dann. Tschüss, bis bald. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Hören Sie nun nach dem Bio-Wetter noch den Bericht über das Bergwetter für Freitag, 17.02. Entlang der nördlichen Alpenseite zunächst überwiegend dichte Bewölkung mit eingeschränkter Sicht und starker Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Ardelbergregion und von den Kitzbühler Alpen bis in die Schneebergregion zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpen-Nordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hören Sie nun nach dem Bio-Wetter noch den Bericht über das Bergwetter für Freitag, 17.02. Entlang der nördlichen Alpenseite zunächst überwiegend dichte Bewölkung mit eingeschränkter Sicht und starker Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Ardelbergregion und von den Kitzbühler Alpen bis in die Schneebergregion zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpen-Nordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Sendung im Radio. Meine Damen und Herren, es folgt unser täglicher Mondkalender. Heute, Freitag, 24. Februar, steht der Mond im Schützen und im Steinbock. Die besten Stunden heute? 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr. Besonders in diesen Stunden gelingt es Ihnen, andere mit ihrer guten Laune anzustecken. Gesundheit. Sie sollten Ihre Gelenke schonen. Übertreiben Sie nicht bei sportlichen Aktivitäten. Garten. Im beheizten Treibhaus kann man nun schon die ersten Radieschen pflanzen. Beruf. Erledigen Sie den Behördengang, den Sie schon so lange vor sich herschieben. Er dürfte Ihnen heute keine besondere Mühe bereiten. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Meine Damen und Herren, es folgt unser täglicher Mondkalender. Heute, Freitag, 24. Februar, steht der Mond im Schützen und im Steinbock. Die besten Stunden heute? 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr. Besonders in diesen Stunden gelingt es Ihnen, andere mit ihrer guten Laune anzustecken. Gesundheit. Sie sollten Ihre Gelenke schonen. Übertreiben Sie nicht bei sportlichen Aktivitäten. Garten. Im beheizten Treibhaus kann man nun schon die ersten Radieschen pflanzen. Beruf. Erledigen Sie den Behördengang, den Sie schon so lange vor sich herschieben. Er dürfte Ihnen heute keine besondere Mühe bereiten. Freizeit. Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Aufатов. S ora weten Sie die Aufgabe der Malone an, wir noch wird um voting fest. Sie hören Informationen zu Beginn Ihres Besuches im Freizeitpark Heidepark. Herzlich willkommen im Servicecenter des Heideparks, Norddeutschlands größtem Freizeitpark in der Lüneburger Heide. Mein Name ist Hannelore Krüger. Ich möchte Ihnen ein paar wichtige Informationen geben, damit Ihr Ausflug zu einem echten Erlebnis wird. Als erstes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie hier nach Ihrem Aufenthalt heute Ihre Tageskarte in eine Zweitageskarte umwandeln können, um das Abenteuer zu verlängern. Sie können aber auch gleich eine Jahreskarte buchen. Damit haben Sie zwölf Monate unbegrenzten Freizeitspaß in 15 Attraktionen, 10% Rabatt in den Shops und Restaurants und 15% Rabatt, wenn Sie im Heidepark übernachten. Machen Sie von unseren Angeboten Gebrauch und suchen Sie sich aus, was Ihnen am besten passt. Der Heidepark gliedert sich in vier größere Regionen. Natürlich werden Sie selbst unsere besten Events entdecken, doch ein paar Empfehlungen und Tipps für zwei dieser Regionen möchte ich Ihnen doch mit auf den Weg geben. In der Bucht der Piraten können Sie auf der Koggenfahrt in kleinen Schiffchen eineinhalb Minuten lang, begleitet von Wumbo, dem Maskottchen des Heideparks, rasante Runden drehen. Kinder unter acht Jahren müssen allerdings von Erwachsenen begleitet werden. Kinder unter vier Jahren dürfen noch gar nicht mitfahren. Für unsere kleinen Gäste empfehle ich eine Fahrt mit der Wichtelhausenbahn. Da können sich die Kinder selbst aussuchen, mit welchem ihrer Lieblingstiere sie die gemütliche Fahrt unternehmen wollen. Links und rechts der Schienen warten überlebensgroße Figuren aus allen bekannten Erzählungen auf ihre kleinen Freunde. Dieses spannende, aber völlig gefahrlose Vergnügen ist für unsere Gäste bis zu acht Jahren. Ach ja, was ich fast vergessen hätte. Hunde dürfen nicht in die Fahrkabinen mitgenommen werden. Und auch die verschiedenen Shops sind für Sie verboten. Sie können sie aber im Park an der Leine mitführen. So, nun noch ein letzter heißer Tipp. Versäumen Sie auf keinen Fall im Bereich Transsilvanien die Schweizer Bobbahn, die aus 27 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern durch den Eiskanal schießt. 166 Sekunden lang dauert die Fahrt, in der der Bob eine Strecke von über 900 Metern zurücklegt. Nun habe ich aber genug geredet. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Super-Spaß-Attraktionen. Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind an einer Bushaltestelle und hören, wie sich ein junger Mann und eine junge Frau über Beruf und Studium unterhalten. Hi Emma, wie geht's? Wo warst du denn in der letzten Zeit? Ach, ich habe in den letzten Wochen keine Zeit fürs Training gehabt. Ist schade, weil wir ja auch bald gegen die Mannschaft aus Berlin spielen. Aber ich lerne für die Prüfungen. Prüfungen? Ich mache doch eine Ausbildung als Friseurin. Ach ja, richtig. Und nächste Woche sind Prüfungen. Dauert's noch lange, bis du mit der Ausbildung fertig bist? Nee, das sind jetzt die letzten Prüfungen. Und? Aufgeregt? Naja, ein bisschen. Aber wird schon klappen. Die Ausbildung ist ganz schön anstrengend, aber toll. Friseurin zu werden ist echt interessant. Und ich lerne gerne. Und bis jetzt hatte ich auch immer gute Noten. Warst du immer schon so eine gute Schülerin? Nee, dann wäre ich ja wohl nicht auf die Hauptschule gegangen. Schule fand ich immer blöd. In der Ausbildung jetzt macht Lernen Spaß. Da ist alles viel praktischer. Nicht wie früher in Mathe oder Geschichte. Na dann, viel Glück. Danke. Aber sag mal, wie ist das denn bei dir? Pia hat mir nämlich erzählt, dass beim Abitur alles sehr gut geklappt hat. Beim Abitur war alles okay. Ich habe einen Notendurchschnitt von 0,7. Was? Gibt's das? Besser als eine 1? Das reicht doch für Medizin sicher aus. Du wolltest doch immer Arzt werden, nicht? Ja. Und das will ich auch immer noch. Aber das Abitur ist nicht mehr so schwer wie früher. Mit reinem Auswendiglernen kann man sehr viel erreichen und deshalb haben sehr viele sehr gute Noten. Und? Und deshalb werden die Studienplätze verlost. Wie? Wie bei Joker oder Lotto? Ja, genau so. Und bei diesem Lotto machen auch viele mit, die schlechtere Noten haben als ich. Und da hatte ich eben Pech. Das ist doch ungerecht. Bist du nicht sauer? Natürlich. Aber was soll ich machen? Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mehr Glück habe. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ich mache ein Praktikum in einem Krankenhaus. Das ist interessant und schaden kann es auch nicht für später. Oh, da kommt mein Bus. Wenn die Prüfungen vorbei sind, komme ich auch wieder zum Training. Ja, bis dann. Tschüss. Und nochmal viel Glück. Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Danke. Der Moderator der Radiosendung Umwelt Live diskutiert mit Christina und Flavia zum Thema Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, salut und herzlich willkommen bei Umwelt Live, der Sendung, bei der nicht theoretisch über Umweltschutz geredet wird, sondern bei der wir mit Leuten sprechen, die aktiv am Umweltschutz mitwirken. Und wie immer können Sie nach dem Gespräch im Studio anrufen. Vorwahl 031 und dann 329 3290 und unsere Gäste zum Thema befragen. Gerade wenn es um die Umwelt geht, sind nicht nur die grossen Initiativen wichtig, sondern auch und vielleicht gerade kleinere Projekte, denn solche Projekte zeigen, dass jeder Einzelne etwas für die Umwelt tun kann. Doch sehr oft wird über solche Projekte in den Medien nicht berichtet. Wir von Umwelt Live legen Wert darauf, gerade auch solche Projekte zu präsentieren und sind immer für Vorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern dankbar. Wenn Sie uns ein solches Thema vorschlagen oder vielleicht auch sonst etwas kommentieren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an umweltlive, ein Wort und live mit V, at rb.ch. So, nun aber zu unserem heutigen Thema und unseren Studiogästen. Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern. Das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir Flavia und Christina zu uns ins Studio eingeladen. Grazie, salut! Flavia und Christina, zwei von den drei Frauen, die vor vier Jahren die Initiative Bio-Abo gegründet haben. Bei Bio-Abo kann man Bio-Kost, also Gemüse und Obst, aber auch Käse und Eier, direkt beim Bauern, beim Bio-Bauern bestellen und bekommt alles nach Hause geliefert. Hinter Bio-Abo stehen drei Frauen. Ist das Zufall, Christina? Kann ich nicht sagen. Männer sind natürlich auch im Umweltschutz und so aktiv, aber ich glaube, dass gerade bei kleineren Initiativen oder Projekten, bei denen es oft mehr um praktische Alltagsprobleme geht, mehr Frauen mitmachen. Was meinen Sie dazu, Flavia? Ich bin der Meinung, dass Frauen einfach praktischer denken als Männer. Umweltschutz und gesundes Essen sind gut, aber damit das kein Hobby bleibt, sondern alltägliche Gewohnheit wird, braucht man Lösungen, die praktisch sind und Zeit sparen. Und welches praktische Problem löst Bio-Abo? In einer Durchschnittsfamilie arbeitet auch die Frau. Trotzdem ist es meistens auch die Frau, die sich ums Einkaufen und Kochen kümmert. Hm, Flavia? Ja, und da schafft man es eben oft nicht, zum Biomarkt zu gehen oder zum Bio-Gemüseladen. Und deshalb ist uns die Idee mit dem Lieferdienst gekommen. Und wir waren die Ersten, damals vor vier Jahren. Ihr sprecht von der Durchschnittsfamilie. Aber ich habe den Eindruck, dass sich immer noch nur bestimmte, kleinere Bevölkerungsgruppen für Biokost interessieren. Sagen wir mal Leute, die Geld haben und die sich gesund ernähren wollen. Ist mein Eindruck richtig, Flavia? Heute nicht mehr. Im ersten Jahr waren unsere Kunden wirklich, vor allem Ehepaare oder Familien mit relativ hohem Einkommen. Und auch meistens Leute, die studiert haben. Aber das hat sich geändert. Mittlerweile ist es so, dass unsere Kunden aus allen Bevölkerungsgruppen kommen. Studenten-WGs, alleinerziehende Eltern, überarbeitete Manager und normale Durchschnittsfamilien. Ja, und ein Grund dafür ist auch, dass die Preise für ökologisch produzierte Lebensmittel gesunken sind. Von Bekannten und Kollegen höre ich, dass manche eine Zeit lang Bio-Lebensmittel beim Bauern bestellen und dann aber wieder damit aufhören. Und meistens ist der Grund der, dass sie oft Gemüse bekommen haben, das zwar toll und gesund aussah, aber sie wussten nicht, wie man das kocht. Dann haben sie ihr Bio-Gemüse sicher nicht bei Bio-Abo bestellt. Wieso? Wir haben doch gesagt, Frauen denken praktisch. Die meisten Frauen kaufen in Supermärkten ein, weil das praktisch und zeitsparend ist. Aber viele regionale Gemüsearten, also Gemüse, das hier in der Umgebung von Bern wächst und von den Biobauern geschickt wird, und das gilt besonders für Wintergemüse, werden in den Supermärkten überhaupt nicht verkauft. Daher kennen viele Frauen und Männer, vor allem natürlich die Jüngeren, diese Sachen einfach nicht. Und deshalb haben wir eine Website mit Rezepten eingerichtet. Für alle Gemüsearten, die von den Biobauern, mit denen wir zusammenarbeiten, geliefert werden, bieten wir dort Informationen und verschiedene Rezepte an. Wir müssen alle erst wieder lernen, uns von regionalen Produkten zu ernähren, denn wenn Bioprodukte zum Beispiel aus Argentinien in die Schweiz transportiert werden, dann kann man das nicht mehr umweltfreundlich nennen. Und wir waren die Ersten, die diesen Service angeboten haben, aber jetzt machen das auch andere Lieferdienste für Biokost. Unsere Konkurrenz hat eben gemerkt, dass so ein Service wichtig ist. Richtig, die Konkurrenz. Ihr seid bis jetzt noch eine kleine Initiative, eine kleine Firma, aber eure Kundenzahlen wachsen. Stören da die anderen Anbieter nicht? Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns allen ein Gehalt zahlen können, von dem wir leben können. Nein. Vorher hatten wir immer noch andere Jobs nebenbei. Und das ist natürlich schön so. Aber wir finden es gut, dass es noch andere Anbieter gibt. Das bedeutet nämlich, dass es immer mehr interessierte Kunden gibt. Und das ist gut für uns, für die Menschen, die sich gesünder ernähren und für die Umwelt. Es ist unserer Meinung nach überhaupt besser, wenn es keine sehr grossen Anbieter gibt. Grosse Firmen sind grosse Organisationen mit viel Verwaltung, mit viel Personal, aber ohne persönliche Beziehungen. Und da kann das Geldverdienen sehr schnell wichtiger werden als die Umwelt. Das passiert bei kleinen Firmen nicht so schnell. Flavia, Christina, vielen Dank für das Gespräch. Nach der Werbepause sind dann Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir warten schon gespannt auf Ihre Fragen. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, salut und herzlich willkommen bei Umwelt live, der Sendung, bei der nicht theoretisch über Umweltschutz geredet wird, sondern bei der wir mit Leuten sprechen, die aktiv am Umweltschutz mitwirken. Und wie immer können Sie nach dem Gespräch im Studio anrufen. Vorwahl 031 und dann 329-3290 und unsere Gäste zum Thema befragen. Gerade wenn es um die Umwelt geht, sind nicht nur die grossen Initiativen wichtig, sondern auch und vielleicht gerade kleinere Projekte. Denn solche Projekte zeigen, dass jeder Einzelne etwas für die Umwelt tun kann. Doch sehr oft wird über solche Projekte in den Medien nicht berichtet. Wir von Umwelt live legen Wert darauf, gerade auch solche Projekte zu präsentieren und sind immer für Vorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern dankbar. Wenn Sie uns ein solches Thema vorschlagen oder vielleicht auch sonst etwas kommentieren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an So, nun aber zu unserem heutigen Thema und unseren Studiogästen. Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern, das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir Flavia und Christina zu uns ins Studio eingeladen. Flavia und Christina, zwei von den drei Frauen, die vor vier Jahren die Initiative Bio-Abo gegründet haben. Bei Bio-Abo kann man Bio-Kost, also Gemüse und Obst, aber auch Käse und Eier, direkt beim Bauern, beim Bio-Bauern bestellen und bekommt alles nach Hause geliefert. Hinter Bio-Abo stehen drei Frauen. Ist das Zufall, Christina? Kann ich nicht sagen. Männer sind natürlich auch im Umweltschutz und so aktiv, aber ich glaube, dass gerade bei kleineren Initiativen oder Projekten, bei denen es oft mehr um praktische Alltagsprobleme geht, mehr Frauen mitmachen. Was meinen Sie dazu, Flavia? Ich bin der Meinung, dass Frauen einfach praktischer denken als Männer. Umweltschutz und gesundes Essen sind gut, aber damit das kein Hobby bleibt, sondern alltägliche Gewohnheit wird, braucht man Lösungen, die praktisch sind und Zeit sparen. Und welches praktische Problem löst Bio-Abo? In einer Durchschnittsfamilie arbeitet auch die Frau. Trotzdem ist es meistens auch die Frau, die sich ums Einkaufen und Kochen kümmert. Hm, Flavia? Ja, und da schafft man es eben oft nicht, zum Biomarkt zu gehen oder zum Bio-Gemüseladen. Und deshalb ist uns die Idee mit dem Lieferdienst gekommen. Und wir waren die Ersten, damals vor vier Jahren. Ihr sprecht von der Durchschnittsfamilie. Aber ich habe den Eindruck, dass sich immer noch nur bestimmte, kleinere Bevölkerungsgruppen für Biokost interessieren. Sagen wir mal Leute, die Geld haben und die sich gesund ernähren wollen. Ist mein Eindruck richtig, Flavia? Heute nicht mehr. Im ersten Jahr waren unsere Kunden wirklich, vor allem Ehepaare oder Familien mit relativ hohem Einkommen. Und auch meistens Leute, die studiert haben. Aber das hat sich geändert. Mittlerweile ist es so, dass unsere Kunden aus allen Bevölkerungsgruppen kommen. Studenten-WGs, alleinerziehende Eltern, überarbeitete Manager und normale Durchschnittsfamilien. Ja, und ein Grund dafür ist auch, dass die Preise für ökologisch produzierte Lebensmittel gesunken sind. Von Bekannten und Kollegen höre ich, dass manche eine Zeit lang Bio-Lebensmittel beim Bauern bestellen und dann aber wieder damit aufhören. Und meistens ist der Grund der, dass sie oft Gemüse bekommen haben, das zwar toll und gesund aussah, aber sie wussten nicht, wie man das kocht. Dann haben sie ihr Bio-Gemüse sicher nicht bei Bio-Abo bestellt. Wieso? Wir haben doch gesagt, Frauen denken praktisch. Die meisten Frauen kaufen in den Supermärkten ein, weil das praktisch und zeitsparend ist. Aber viele regionale Gemüsearten, also Gemüse, das hier in der Umgebung von Bern wächst und von den Biobauern geschickt wird, und das gilt besonders für Wintergemüse, werden in den Supermärkten überhaupt nicht verkauft. Daher kennen viele Frauen und Männer, vor allem natürlich die Jüngeren, diese Sachen einfach nicht. Und deshalb haben wir eine Website mit Rezepten eingerichtet. Für alle Gemüsearten, die von den Biobauern, mit denen wir zusammenarbeiten, geliefert werden, bieten wir dort Informationen und verschiedene Rezepte an. Wir müssen alle erst wieder lernen, uns von regionalen Produkten zu ernähren. Denn wenn Bioprodukte zum Beispiel aus Argentinien in die Schweiz transportiert werden, dann kann man das nicht mehr umweltfreundlich nennen. Und wir waren die Ersten, die diesen Service angeboten haben. Aber jetzt machen das auch andere Lieferdienste für Biokost. Unsere Konkurrenz hat eben gemerkt, dass so ein Service wichtig ist. Richtig, die Konkurrenz. Ihr seid bis jetzt noch eine kleine Initiative, eine kleine Firma, aber eure Kundenzahlen wachsen. Stören da die anderen Anbieter nicht? Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns allen ein Gehalt zahlen können, von dem wir leben können. Vorher hatten wir immer noch andere Jobs nebenbei. Und das ist natürlich schön so. Aber wir finden es gut, dass es noch andere Anbieter gibt. Das bedeutet nämlich, dass es immer mehr interessierte Kunden gibt. Und das ist gut für uns, für die Menschen, die sich gesünder ernähren und für die Umwelt. Es ist unserer Meinung nach überhaupt besser, wenn es keine sehr grossen Anbieter gibt. Grosse Firmen sind grosse Organisationen mit viel Verwaltung, mit viel Personal, aber ohne persönliche Beziehungen. Und da kann das Geldverdienen sehr schnell wichtiger werden als die Umwelt. Das passiert bei kleinen Firmen nicht so schnell. Flavia, Christina, vielen Dank für das Gespräch. Nach der Werbepause sind dann Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir warten schon gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.